Okay, wildes Thema. Die Frage ist jetzt, ob es in Pokémon Legenden ZA tragbare Items geben wird. In Pokémon Legends Arceus hatten wir ja keine Held-Items, außer die Legenden-Tafel auf Arceus. Das war so das einzige, in Anführungszeichen, Held-Item, was Pokémon tragen konnten. Und jetzt ist die Frage, wird es eventuell geändert, weil es muss ja eigentlich die Megasteine geben, die die Pokémon tragen müssten. Denn, in Anführungszeichen, denn in Let's Go gab es ja ebenfalls keine Items, aber Mega-Entwicklungen. Das heißt, es ist die Frage, machen die das wie in Let's Go, dass es zwar Mega-Entwicklungen gibt, aber man keine tragbaren Items tragen kann? Oder würde es der erste Legend sein, in dem man vielleicht doch Items seinen Pokémon geben kann? Das ist natürlich allgemein die Frage, wie es eventuell wird, auch was Competitive angeht etc. Jetzt die Frage, ich glaube theoretisch gesehen eher, dass wir keine tragbaren Items bekommen werden in Pokémon Legenden ZA. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich bin mir unsicher, ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass sie das ebenfalls ähnlich wie in Let's Go machen werden. Aber, sagt niemals nie, mal schauen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.